Herzlich willkommen beim Malermeisterbetrieb Füllkrug in Bielefeld. Wenn es um Malerarbeiten und Bodenlegerarbeiten geht, sind sie bei uns richtig und das seit über 140 Jahren. Bereits in der fünften Generation steht der Name Füllkrug für hochwertiges Malerhandwerk, das vom Urgroßvater bis zur Urenkelin weitergegeben wurde. Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen, denn wir begleiten Sie vom Anfang bis zum Ende Ihres Projekts. Gern erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag und besuchen Sie vor Ort, um einen Eindruck der Arbeiten zu erhalten. Ob ein neuer Fassadenanstrich oder spezielle Verputzarbeiten für Wände, wir erledigen alle Aufgaben professionell und sorgen für neuen Glanz in Ihren Räumlichkeiten. Funktion und Design stehen dabei immer im Mittelpunkt. Sie wünschen sich einen neuen Anstrich für Ihr Eigenheim? Hier sind Ihren farblichen Vorstellungen keine Grenzen gesetzt. Wir sind gespannt, was wir für Sie realisieren dürfen.